Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen, aber ich bin schon seit sieben Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich füll ihn mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das. Was ist denn passiert? Ach, nur eine Wasserflasche kaputt gegangen. Wir müssen dann auch langsam los. Die Bar ist knackig geworden. Ja, dann danke für alles und viel Spaß. Ja, dir auch. Ja, danke. Komm doch noch kurz mit in die Bar. Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Dir wärst doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Was ist das Paradies auf Erden? Scheiße. Ich will, dass du einen Aids-Test machst. Ist doch lächerlich. Ach ja? Was? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Oh Gott. Was ist so toll? Sie führen kein Gespräch wie dieses. Und? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020